Ich heiße Sie herzlich willkommen zum MOOC Digitales Leben. Nach der Teilnahme können Sie sich hoffentlich selbst ein Bild machen, wie die Digitalisierung unseren Alltag transformiert. Ulrike Feld bringt Ihnen näher, was geschieht, wenn Gesundheit digital wird. Nicolas Forgo zeigt die Grenzen des Rechts in einer digital bestimmten Gesellschaft aus. Janina Loh beschäftigt sich mit den Kontroversen rund um Sexroboter und deren Identität als moralische Objekte oder Subjekte. Insgesamt erwarten Sie fünf Lektionen zu den Themen Gesundheit, Recht im digitalen Raum, Roboterethik, Algorithmen- und Demokratieverständnis sowie zur Teilhabe an der digitalen Gesellschaft. Bevor man sich die Digitalisierung ansieht, muss man den weiteren Kontext sich ein Stück weit vor Augen führen. Also Sie können sich das sehr schnell auch selber anschauen. Das ist nichts, was ich mir in irgendeiner Form selbst ausgedacht habe. Da entstehen ein paar ganz interessante, fundamentale Fragen. Ich würde mich freuen, wenn Sie aus dieser Auseinandersetzung als selbstbestimmt und souverän handelnde Individuen hervorgehen. Lieben Dank.